Du hast keine Ahnung, wie Knockout-Zertifikate funktionieren? Dann bist du hier genau richtig, denn ich möchte dir heute zeigen, was Knockout-Zertifikate sind, wie sie funktionieren und wie man sie berechnet. Danach zeige ich dir Schritt für Schritt, wie ich an die Sache herangehe, von Anfang der Analyse bis hin zum Kauf. Also bleib dran, wenn dich das Thema interessiert. Moin Leute, ich bin Toni von Finanzen und wir starten direkt gleich mal los mit der ersten Sache, denn was sind überhaupt Knockout-Zertifikate? Und zwar sind Knockout-Produkte verbriefte Derivate, also im Prinzip Schuldverschreibungen. Das ist ganz, ganz wichtig. Werden von Imitenten herausgegeben, das seht ihr jetzt schon an dem Pfeil, einmal bei Imitent rechts, das ist direkt von Trade Republic, ein kleiner Screenshot. In dem Beispiel ist es jetzt die HSBC, aber natürlich auch von Citi. Oder von anderen Banken können hier Imitenten sein. Wichtig, hier herrscht natürlich auch das Imitentenrisiko wegen der Schuldverschreibung. Werden auf einen Basiswert aufgelegt, das seht ihr jetzt hier einmal auch drüben unten an dem Pfeil Basiswert. In dem Fall ist es der Nasdaq 100 Index, können aber auch Aktien sein oder halt Rohstoffe oder andere Werte. Sind mit einer Knockout-Schwelle versehen. Das sagt natürlich schon das Produkt und das seht ihr einmal hier oben, einmal Knockout 14.138 bei dem Nasdaq 100. Knockout-Produkte gibt es übrigens schon seit 2001. Kommen wir aber nun zu den verfügbaren Knockout-Produkten bei Trade Republic und welche Risiken ihr beachten solltet. Als allererstes, die Produkte, also die Knockout-Zertifikate unterliegen keiner bestimmten Norm, wie zum Beispiel bei Futures. Von daher können hier zum Beispiel auch andere Namen einfach gewählt werden von den Imitenten. Das sehen wir auch einmal rechts, hier habe ich euch einen Screenshot einfach mal mit reingelegt. Da sehen wir bei den verschiedenen Banken, die oben mit angegeben sind, einmal Best Turbo, einmal Unlimited Turbo oder nur Turbo. Also wie gesagt Leute, da gibt es keine Norm. Wir haben jetzt einmal zwei verschiedene, einmal Turbo-Zertifikate und einmal Mini-Future-Zertifikate. Hier ist ganz, ganz wichtig, es gibt bei den Zertifikaten Laufzeitgebundene, also da ist sozusagen eine feste Knockout-Schwelle gegeben. Das sehen wir einmal hier drüben wieder auf der rechten Seite bei dem Turbo-Zertifikat. Dieser läuft bis zum 17.1921, also Laufzeitgebunden und deswegen ist da beim Knockout die Schwelle immer gleich. Dann gibt es die Open-End-Turbus, da gibt es eine variablen Knockout-Schwelle, das ist der unten drunter, da steht dann hinten einmal Open-End. Wird immer wieder angepasst, das sollt ihr euch bewusst sein, deswegen dort immer wieder mal reinschauen und gegebenenfalls einfach anpassen die Sache. Die Knockout-Schwelle ist der Bereich, wo bei einem Future die Margin nicht mehr ausreichen würde und eine Nachschusspflicht entsteht. Das ist bei den Zertifikaten of Trade Republic nicht so, wird an dieser Schwelle das Zertifikat sofort geschlossen, also ausgenockt, deswegen auch der Name Knockout-Zertifikat. Das eingesetzte Kapital ist dann sozusagen für das Zertifikat weg und ihr erleidet dann einen Totalverlust, aber nur das Geld, was ihr im Prinzip dort an Zertifikaten gekauft habt. Natürlich gibt es auch Vor- und Nachteile. Vorteile, man kann auf fallende oder steigende Kurse wetten, dann natürlich auch einen extremen Hebel anwenden. Man kann das ein bisschen anpassen, einen geringeren oder einen extrem hohen, das kommt ganz nach deinem Risikoverhalten einfach an. Kurs ist leicht nachvollziehbar und nicht so schwer wie bei den Optionsscheinen, wo im Prinzip Delta und Theta und so weiter noch alles mit beachtet werden muss. Hier ist es relativ einfach. Wenn du das Video noch nicht geschaut hast, was Optionsscheine sind, dann kannst du das liebend gerne. Ich verlinke das euch mal hier oben mit und schaut es euch einfach mal an. Nachteile gibt es natürlich auch. Ihr könnt hier einen Totalverlust erleiden, also das Geld, was ihr dort reingesteckt habt in die Zertifikate, kann natürlich alles auch weg sein. Denn der Hebel wirkt natürlich auf beide Seiten oder in beide Richtungen. Wenn ihr einmal long seid, ihr wollt im Prinzip jetzt Gewinne mitnehmen für steigende Kurse, dann sollte es weiter nach oben gehen. Wenn es nicht für euch läuft, dann geht natürlich der Hebel auch in die andere Richtung und ihr könnt, wie gesagt, einen Totalverlust erleiden. Dann noch das Emittentenrisiko. Wenn natürlich die Bank pleite geht, dann ist natürlich auch dein gesamtes Geld weg. Das solltet ihr, wie gesagt, auch bewusst sein. So, wie mache ich das jetzt aber? Ich starte bei TradingView mit meiner Analyse. Egal, ob es zu Aktien, ob es Rohstoffe sind oder irgendein Index. Ich habe für euch mal die VW-Aktie herausgesucht, weil die für mich im Prinzip gute Einstiege erreicht hat. Also kommt einfach mal mit. Ich zeige euch das mal am Rechner, wie ich starte. So, ihr Lieben, wir sind jetzt bei TradingView drin, bei Volkswagen AG, die Vorzugsaktien. Wir sehen jetzt hier, wir sind im Tageschart drin, also jede Kerze ein Tag. Ich habe jetzt hier schon zwei Bereiche eingezeichnet, die ich als Unterstützung sehe, wo wir jetzt auch schon öfters mehrfach angeprallt sind und dann wieder nach oben gelaufen sind. Genau in diesem Bereich würde ich jetzt gerne kaufen wollen. Da sind wir jetzt wieder reingerutscht. Aber wichtig ist ja zu wissen, erstens bei Knockouts, wo ist denn meine Knockout-Schwelle? Also wo möchte ich ausgenockt werden, weil ich denke, okay, bis dahin und nicht weiter. Da sehen wir einmal den Unterstützungsbereich hier unten und dann kommt noch zusätzlich die 200er Tagelinie. Das heißt, ich möchte gerne einen Einstieg haben, leicht unten drunter. Und da wäre es vielleicht ganz gut, die Knockout-Schwelle, ihr seht das einmal jetzt rechts, bei 185 Euro ungefähr zu setzen. Bis dorthin, wenn es dorthin geht, dann habe ich komplett alles verloren an Geld. Dort soll meine Knockout-Schwelle natürlich sitzen. Nach oben hin ist ja bei Knockout-Zertifikaten alles drin. Von daher würde ich dann einfach den Stopp immer weiter mit setzen. Gut, jetzt wissen wir erst mal, wo wir unsere Knockout-Schwelle haben und zwar bei 185. Jetzt ist mein nächster Schritt, bei Trade Republic reinzugehen und erst mal zu gucken, was gibt es denn für Banken oder Imitenten, die im Prinzip mir Knockout-Zertifikate verkaufen oder zur Verfügung stellen bei Trade Republic. Und da schauen wir einfach mal rein und merken uns die. So, wir sind jetzt hier bei der Suche bei Trade Republic und dann gehen wir einmal oben drauf und geben Volkswagen ein. Volkswagen natürlich die Vorzugsaktien. Dann switchen wir einmal nach unten, sehen jetzt hier Knockout-Zertifikate. Und wir haben ja gesagt gehabt, eine Knockout-Grenze oder Schwelle bei ungefähr 185. Wir können jetzt einfach mal grob runterwischen. Jetzt muss ich eine Weile wischen, so ungefähr. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was es denn für Imitenten gibt. Wir haben einmal HSBC, Society General und ich glaube, das war es schon. Also die beiden sozusagen gibt es bei Trade Republic, die im Prinzip Knockout-Zertifikate anbieten. Und jetzt ist der nächste Schritt, dass wir uns bei OnVista einfach mal reinklicken ins Internet und die beiden Banken uns raussuchen, um dann nochmal ein bisschen genauer uns einfach die Knockout-Zertifikate anzuschauen. Wir sind jetzt direkt bei OnVista und wir haben jetzt hier oben einmal Derivate, da klicken wir einfach nur drauf. Dann kommen wir auf den Basiswert. Unser Basiswert ist ja in dem Sinne einfach die Volkswagen AG, Volkswagen Vorzugsaktie. Klicken dort einmal drauf. Dann kommen wir zu den Knockouts. Das ist wichtig, dass alles unten sind, sozusagen dann Optionsscheine. Wir klicken auf alle Ergebnisse anzeigen. Und können jetzt auch schon mal die Imitenten eingeben. Wir hatten ja gesagt, Unicredit nicht. Wir sind einmal bei, jetzt muss ich selbst gucken, HSBC. Und einmal Society General. Und Unicredit nehmen wir weg. Und dann haben wir das schon mal gefiltert. Jetzt sehen wir im Prinzip, jetzt können wir noch hier oben die K.O. Schwelle eingeben. Wir haben gesagt gehabt, bei ungefähr 183 bis 186. Da haben wir alles dazwischen dann mit angegeben. Wir gehen auf Übernehmen. Oh, 183, 183, das ist Quatsch. Ich wollte 186 natürlich eingeben. So, jetzt sind wir hier schon drin. Und jetzt können wir mal gucken, welcher für uns sozusagen passen würde. Hier sehen wir jetzt in der Mitte nochmal die ganzen Knockouts-Spellen. Wir hatten ja gesagt, wir wollen ungefähr bei 185. Ich würde jetzt gerne noch ein Open End nehmen, das ich nicht unter Zeitdruck. Also der hier oben wäre sozusagen im Prinzip am 17.9. ausgelaufen. Das möchte ich nicht. Ich möchte ein Open End. HSBC ist jetzt hier der Emittent. Deswegen passt das ganz gut. Den können wir uns schon mal merken hier. Ich möchte euch jetzt aber einmal zeigen, wie denn überhaupt dieser Preis entsteht und wie dieser Preis berechnet wird. Anhand von diesem Knockout-Zertifikat. So, wie berechnet man jetzt den Preis? Wir haben einmal den Basiswert, die 255, das ist im Prinzip die Volkswagen AG. Und den Basispreis, der steht einmal unten, das seht ihr, die 184,52. Das ist im Prinzip eine Finanzierung von den Emittenten, also von der HSBC. Okay, das wird im Prinzip geliehen, das Geld. So, jetzt haben wir die 255 minus den Basispreis, die 184,52. Da sind wir jetzt bei 20,98. Und das ist das, was wir aus eigener Tasche zahlen müssen. Jetzt ist aber noch wichtig, dass wir ein Bezugsverhältnis haben von 0,1. Das steht dort unten, also wir müssten im Prinzip 10 Knockout-Zertifikate kaufen, um eine Volkswagen-Aktie abzudecken. Deswegen zahlen wir jetzt für dieses Knockout-Zertifikat diese 20,98 Euro mal 0,1 sind 2 Euro und knapp 10 Cent. Da kommen natürlich jetzt noch Zinsen mit drauf, dann ein kleines Aufgeld und somit sind wir ganz schnell bei 2,15 Euro, was auch genau dort oben angezeigt wird. Denn das ist jetzt der Preis, was wir zahlen müssen für dieses Knockout-Zertifikat. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Wir hoffen, weil das ja ein Long-Zertifikat ist, dass die Volkswagen AG im Prinzip steigen wird, der Kurs. Dann haben wir jetzt einen Basispreis von nicht mehr 2,55, sondern von 2,20,50. Der Basispreis bleibt immer gleich, das sind die 1,84,52. Dann können wir das wieder gegenrechnen, 2,20,50 minus 1,84,52. Sind wir jetzt bei 3,598. Auch wieder das Bezugsverhältnis hat sich nicht geändert. Und im Prinzip sind wir jetzt bei 85,98 mal 0,1 und das ergibt dann 3 Euro und sagen wir mal rund 60 Cent. Auch hier wieder Zinsen auf Geld. Dann sind wir bei 3,65 Euro ganz schnell angekommen. Und das wäre eine Wertsteigerung von unserem Zertifikat von 70 Prozent. Und das könnten wir verkaufen und nehmen natürlich die 70 Prozent Gewinn mit. Das war es schon fast gewesen. Jetzt wissen wir, welche Aktie ich haben möchte, welches Knockout-Zertifikat dazu passt und wie es im Prinzip berechnet wird. Nun ist es relativ einfach, denn wir brauchen ja nur noch die WKN-Nummer, die dort oben mit gestanden hat. Und brauchen das nur bei Trade Republic oben in die Suche eingeben und sind direkt sozusagen bei dem Knockout-Zertifikat und können das kaufen. Ich möchte euch das auch nochmal ganz fix zeigen an meinem Handy. Wir gehen einmal oben auf die Suche und geben jetzt einmal die WKN-Nummer ein. Dann müsste das im besten Fall gleich kommen. Und zwar ist das die TT5YX&F. Genau, das ist einmal das Open-End Turbo auf die VW-Aktie. Wir klicken hier ruhig nochmal rein. Das sind auch die 2,15 Euro. Bitte beachtet BIT und ASK. Wir kaufen natürlich immer ASK ein, also 2,15 Euro. Wir sehen einen Typ auf Long, also auf steigende Kurse. Wir haben die HSBC, auch den Emittenten, den wir bei OnBista rausgesucht haben. Von daher passt das alles ganz gut. Jetzt könnten wir kaufen das Produkt. Das war es dann auch schon gewesen. Bitte Leute, es ist ganz, ganz wichtig. Es ist keine Anlageberatung. Das war jetzt nur ein Beispiel, wie man mit Knockout-Zertifikaten im Prinzip umgehen kann. Wie man sie raussucht, wie man sie berechnet. Es soll einfach nur zur Weiterbildung für euch dienen. Alles, was ihr selbst investiert, ist auch euer eigenes Risiko. Damit habe ich nichts zu tun. Wenn es dir aber gefallen hat und es dir auch ein bisschen geholfen hat, dann liked bitte das Video. Wenn ihr noch kein Abo abgegeben habt, dann würde ich mich natürlich riesig freuen, dass dieser Kanal weiter wachsen kann. Und wenn ihr Freunde habt, die davon auch noch keine Ahnung haben, dann könnt ihr natürlich auch gerne das Video teilen. Das würde mich auch riesig freuen. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Bis dahin Leute, bleibt gesund, macht's gut. Malen 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 Mal